Da war ein Typ aus Ihren Akten. Luca Mordawatz. Seine Eintrittskarte. In einer Woche werden Sie und Luca Freunde. In die Welt der Wett-Mafia. Brauchst du einen Tipp? Ich setze nicht auf gut Glück. Tom Schilling. Luca will rauf in der Familie. Aber seinen Cousins gefällt es nicht, dass ich mit ihm zusammenarbeite. Edin Hassanowitsch. Wir beide sollen das durchziehen. Wir können keinen Menschen töten. Auf kurze Distanz. Unser Filmmittwoch. Im Ersten. Du bist doch einer von uns, oder?